Und Hallihallo, und ja, wir versuchen unser Glück im nächsten Rennen. In einem Spezial-Rennen. So, wollen wir mal gucken, wie weit wir kommen? Tolle Gegner, ja. Und wir setzen gleich nicht vor ein. Genau. Und einmal drüber. So, wir fahren hier ganz gemütlich. Ganz gemütlich. Vor uns hin. Da wird schon mal gestaut. Ziemlich die Polenten. So, etwas ausgetrickst. So. Mal machen. Alter. Du dummer Hund. Ist ja echt gut hingekriegt. So. Ein Depp. Und jetzt geht er ins Industriegebiet. So. Wie man. Er ist halt am Hafen. Also ich generell. Da man auch gerne mal irgendwo hängen bleibt. An Kanten. So. 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 Kann ich aber nicht gebrauchen. Deswegen faulen wir Nitro rein. Ja, wir haben mal hin uns. Bleiben ganz... Ah, Mann! Shit! Ich wollte eigentlich ganz, ganz links bleiben. Manchmal ist die Steuerung. Mist. Ja, manchmal. So, wir hauen mal Nitro rein. Dann müssen wir mal wegkommen von denen. Shit hätten wir aufnehmen können. Jetzt kommt der schlimmste Teil. Ja. Ich hasse diesen Tunnel. Ich hasse diesen Tunnel. Allein der Spie. Ja. Sehr schön. Zwei aus dem Weg geschossen. Lieber mal sich als Helbermann Nitro mitgenommen. So, jetzt müssen wir mal jemanden vorsichtlicher fahren. denn hier gibt es überall so kleine Peton-Pfeiler. Und jo! Das wäre schön. Mal gucken, was wir jetzt machen. tun das toller rennen machen ja man macht das dann sind wir nämlich glaube im gebiet ja die ist so ja mal gucken was sind ach du kannst du mir sind sind monika entschuldigung wir versuchen unser glück 2,6 meilen wenn man hand umdrehen da und wie man ja gemerkt hat kein telefonat kein ding kein pibapo bekommen genau wenn im roten gebiet sind wir fertig ja 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 hat nur dieses Wohnung aber sehr schön nicht bessere Steuerung und noch mal der West Coast So, ein paar Pollen ins Auto gefahren damit es sich schön lohnt Genau So, hop 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 Der O5 Dodge SRT bekommt ein bisschen extra Hop mit einem Supercharger und Borla-Headers und Exhaust Ja, sehr schön Sieht gut aus Leute, habt da guten Job gemacht Und wo ist das Dollar, Dollar, Dollar Das fahren wir jetzt noch schnell und dann hätte sich das auch erstmal erledigt das Rote Gebiet und dann geht es in das Orangene Genau It's orange So, 1,5 Meilen Watch it! Wewewewewewe Meckert nicht rum Ist nur ein Volk am Steuer Uuuuh, das war die Polizei Einmal neues Feldpflügen das ist ja schon kaputt wo ja 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 er kann der kopf bei mir kommt gern kommt von dem katz so schafft vorne rechts einfahren wo ist der die steuerung kommt ab und zu mal nicht nach Nein. Ja, das ist eine Katastrophe, wir wissen es. Das orangenen Gebiet wird etwas einfacher. Genau, Straßenrennen Nummer 1, 2 Runden und nur 1000 Money. Genau. Das ist das, was ich wollte. Ich hab die mir ja noch nicht so ofthofes gesetzt und habe geblieben. Ja, ja! Jaja! Jaja! Oh, 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 oh! Es wird schon gleich ausgeteilt. Es wird gleich ausgeteilt! LKW! Autsch. Ich hab dem LKW ne Kasacherei rumfahren soll. Erzählt! Wo war ne Rampe? Die werden ich gesehen haben. Naja. Oh Leute! Oh, 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 oh! Knall! Höh! Container! Schlechte Idee! Wenn der n Dicker ist. Das kann ja nur alter werden. Oh Gott, ne, wo geht's denn hier hin? Ah, nicht schon wieder LKW. Alter, ich werd heute nur geboxt von LKWs. Ach, die sind auch noch nicht, Alter. Neu, das hätte ich gucken. Weg da! Weg da! Oh, 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 oh! Boing! Ja, alle schaffen es nicht. Tolles animiertes Wasser. Ja! Oh, nein! Hey, versuchen mich nicht in den LKW reinzudrücken! Ja, wir können noch gewinnen. Ja, wir können noch gewinnen. Ja, sicher. Wenn man mit der Rühe kommt will. Wo ist denn? Ah, da ist die Rampe. Einmal hoch. Einmal zu weit. Einmal mit durch. Einmal hoch. Ja, wir müssen auch mal die Rampe mehr mischen. Und hier noch eine Rampe. Ah! Die hat uns leider nicht wirklich geholfen. Aber wir werden immer noch verfolgt. Oh, schon mal der LKW. Und wie ich Industrie hasse. Und? Und? Nein, der schafft es nicht. Ey, weg von meinem Geld, ja. Und gewonnen. So, und damit verabschiede ich mich für diese Folge bei L.A. Wasch. Und wir sehen uns irgendwann wieder, wenn das wieder heißt. L.A. Unsicher machen. Und deswegen bis denno.